. . . . . . . Das also ist Chronapolis. Bevölkerung aller seltsamen Lebewesen aller Epochen. . . Warum haben wir uns nochmal dafür gemeldet? . Ja, du hast wohl recht. Was soll schon passieren, wenn man das Raum-Zeit-Continuum manipuliert? Ein Planet mit einem Gesicht? Überhaupt nicht unheimlich. Netter Anzug. Ebenso. Ebenso. . 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 Kang! Zeig dich und lass diesen weltlichen Unfug. . 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 Untertitelung des ZDF, 2020